So, so da unten, nicht anders. Und weiter geht's. Aha, wir müssen die Waffe flannen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ähm, Grazpferchen. Grazpferchen. Drachenflucht. Die... Großer, 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 großer. Ja, großer Schindchen. So. Ich meine, wir werden es 9. Wir werden es 9. Und, ähm, schussi, die Wursti. Und, ja, da war nichts. perfekt einstiegen kann mit der steuerung probleme so entdeckt aber es ist ja egal so geld leere salze auch pfeffer genannt deswegen sind die so schwarz schlachter fischei warum auch nicht ich weiß nicht wer uns da entdeckt wir müssen zwar wieder daraus sagt dat waren feiner freunde gesagt haben jetzt willkommen bei skyrim egal wir sind bei folge welcher folge sind wir eigentlich schon ziemlich weit ich glaube folge 70 wenn ich nicht alles täuschen tun tut da ist nix warum bin ich denn eigentlich hier runter gekommen was machen wir hier unten die waffe ein bisschen abwechslung ich nehme da ich nehme ein ohr von dir nehme ich mit aus prinzip dein gold nämlich mit aus prinzip ich kann nicht das tor nicht öffnen man weiß es nicht trotzdem hier weiter ich schließe ich noch eine türe lady hallöchen nö nö guck guck schau mal was ich kann du ach knochen da ist wieder eine truhe die wir anschauen können und wieder geld dass wir anschauen können ist nicht schön es ist ja schon golden dann brauchen wir nicht so war da noch irgendwo eine türe ja da war noch eine türe male ach du scheiße halt schieb das war auch Spaß Loll Roffeldoppelkopf so zu dir und beim Pfeil hätte ich gern wieder Dankeschön vielen Dank Dankeschön danke vielen Dank so wir haben die Fallmadina kaputt gemacht da hätten wir den Hebel den drück ich mal ja schau dir komm ich da durch die Klaranelle hat Batman hochgeladen sehr schön danke Windows 10 dass du mir mit dieser Bedachtigungen gibst wenn ich gerade ein Let's Play aufnehme ist ja nett von dir Entschuldigung Entschuldigung kann ich mal kurz nach dem Weg fragen oder auch nicht danke fürs Geld und fürs Gift das nehmen wir natürlich gerne da ist ein Hebel wo kommen wir da hinten die Schwarzweite okay warum auch nicht und da müsste eine Tür sein die aufgeht wow wow da 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 ach du Scheiße ach du Scheiße ich muss mich machen falsche Waffe Entschuldigung ich bin vergiftet oh mein Gott ich bin vergiftet oh mein Gott ich muss die Stimme schon wegen morgen Heiligemirchen mein Freund jetzt bitte aufhören danke schön du bist da hin da und oh mein Gott da spritzt das Blütchen das ist Ketchup Kinder Ketchup so verstecken wir uns wieder da liegt der Schattenschleicher 60 Gold und starkes Gift oh und vor allem kannst du die behalten mein Freund und da will ich nicht runter fliegen gehen wir ein bisschen mehr darüber so so ist gut das mit einem Stuhl zum Hinsetzen nochmal so trotzdem so die Arbeit ist was getan jetzt kann ich mich mal ausruhen so in mein Fernsehen schauen was ist oh immer das gleiche Programm stehen wir wieder auf von oben kommen wir ja äh ist denn nur diese Plattform und dann geht's hier isenlich weit runter geht's nicht weit irgendwo hm wir sind hier eindeutig ich höre ich höre ich höre eine Nierenwurz oh da hinten ist auch weiter geil nierenwurz hab dich doch gehört mein kleiner Freund der Berge das sind all die Österreicher und Schweizer mögen das sind die Freunde der Berge und die was die Anten mögen nicht die Enten ha 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 so so nehmen wir mal den Bogen der ist ein bisschen mehr geladen der salutiert hat acht oder neun so ähm gestern habt ihr euch ähm habt ihr euch äh Katze Against Humanity auch brav angeschaut beim Zockengräuel beim Wegvisire ja und bei der der lieben habt ihr wart ihr so brav habt ihr und ich finde gerade den Ausgang nicht super freundlich bin gut könnt mir ruhig sagen ach da hat sich ein wenig schreibt es gerne in die Kommentare ich bin manchmal echt blind blind, taub und teppert teppert so vielleicht müssen wir auch da drüben rein oder so weil oder darüber ich hab keine Ahnung ich geh mal da lang schuppiduppidupp haben wir ja alle Zeit der Welt müssen jetzt nicht so abhetzen uns da ist nämlich ein Hebel den wir nicht drücken ich liebe es Hebel drücken Hebel und diese Türe führt in ein großes weites nichts hm tja werden ja noch eine Türe da irgendwo eine Türe und da kommen wir den haben wir noch nicht durchsucht der hatte noch Geld dabei boing 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 oder kamen wir von der Tür ich hab keine Ahnung ich glaub ich wir haben uns grad echt verlaufen Versammlungshalle waren wir hier schon hallo nein hier waren wir noch nicht betreffen jawohl in der Bewegung getroffen kritischer Schaden und du hast auch kritischen Schaden und schleichen verbessert auf 68 und ich glaub das ist Folge Nummer 68 danke für den Tipp der nächste der wollte sich nochmal kurz aufsetzen haben die nicht nen schönen Arsch haben die nicht nen sexy Arsch total sexy ey okay der wollte auch noch zu uns kommen die haben uns alle lieb so jetzt suchen wir dich mal durch kriege ich meinen Pfeil wieder ja danke schön und Geld und krieg ich ranke ja von mir aus gib her Junge hier runter ups gold aber kein Pfeil danke schön dafür könnten wir uns nachher den Perk holen wo wir die Pfeile zurückkriegen Riesenflechte so Abfäller danke schön wenn du uns schon alles wegnehmen tun musst dann zu dir Gold und Eisenschwert und ganz zum Schluss zu dir du hast keinen Pfeil für uns bringen wir noch eine Tür da ist auch eine Tür da sind ganz schön viele Türen so viele Türen kommen wir vor wie in der Tür okay oh da geht's jetzt zurück raus in die Schwarzweite und dann gehen wir nochmal kurz rein um dann später wieder raus zu gehen sobald wir gemerkt haben dass wir hier drin nichts verloren haben da ist auch eine Tür dieses Geratter immer Radadadadadadadadadadadadadadadadada й jetzt auch in die Schwarzweite okay und dort oben Da chillt einer Ha! 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 Relikums verbessert auf 30. Gold haben wir doch noch. Danke, mein Freund. Hat sich doch gelohnt, dass wir nachgeguckt haben. Wo geht's da lang? Da waren wir noch nicht. Ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Blum! so bescheuert ach das sind die zahnräder gut dann haben wir da drüben auch noch eine tür da ist die schwarzweite verwinkelt ab ins pumpwerk jo wo warst du gestern jo ich war im pumpwerk akupunkturservice redekunst verbessert stand da erzhaft gerade redekunst verbessert gut ich weiß nicht wie man beim schleichen jetzt die redekunst verbessern beim bogen schießen aber wenn du unbedingt meinen gib mir mein pfeil zurück vorher auseinanderbricht du gehst umso leichter keine drohen mannometer meter 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 also dann kann ich ja auch nicht aufnehmen deswegen unter konnten in der stillen stadt warum noch nicht sagt er ist da und der zweite und irgendwo kommt ja da kommt der dritte ja hallo hansi was röchelsten so bist du mit meinem akapunktur zu 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 service nicht zufrieden der beste in ganz österreich der so gut dass du gleich so entspannt bist dass du für immer schläfst schamanenschlüssel oh nett da hätte ich ja noch ein hansi wir haben ja gesagt ich hast ein horst ganz vergessen sorry da waren jetzt mal drei horsts und habe ich mit hans die frage ist welche gegner nennen wir dann hans schreibt es gerne in die kommentare welche gegen oh mein gott da ist noch ein horst so viele horsts so viele tote horsts dann fahren wir jetzt eigentlich nur abwarten weil die haben ja angeblich ein sehr gutes gehöhr oder auch nicht wir sind nämlich schon wieder versteckt versteckte kleine burschen sind wir und mädchen bei einem feil gold da ist der nächste kandidat nummer 2 falsche antwort tut mir leid ich trau diesen dingern dann nicht gold und noch ein schamanenschlüssel warum auch nicht man kann ja vielleicht schamanenschlüssel gebrauchen wofür auch immer aber es sind schamanenschlüssel schamanenschlüssel schüsseli wussle dann geht es da drüben weiter oh mein gott paar minütchen machen wir noch und dann muss ich leider aufhören für heute dann muss ich das morgen in der früh schnell zusammenschneiden und dann hochladen weil kackst du gerade mein freund kackst du gerade in meinen garten ok wenn das mein garten wäre dann wäre da hässlich noch ein horst der tot ist dumm tü dumm tü dumm tü dumm tü dumm tü dumm tü dumm weil ich ja morgen an der früh wieder im studio des tones bin so noch ein toter horst ich glaube ich weiß auch schon wie wir die folge nennen könnten da ist keiner ist da wer ist da jemand ist da jemand 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 irgendjemand so ich weiß nicht warum wir hier unten rum latschen aber es macht irgendwie spaß das platz 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 der feil ist gut aber da gibt mir einen pfeil zurück krrrr rr we noch ein toter horst ja scheine mir die horste hallo lieber horst gold alther� euer Dank, dass ich einmal einen wieder zurückkriege. Da haben wir einen Hebel. Den benutzen wir später, weil wir hören für heute hier genau bei diesem Hebel. Seht ihr dann, wie es beim nächsten Mal weitergeht in Let's Play Skyrim. Ihr lieben Kratz-Hipfer, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Ist eure Sache. Also bis dann. Ciao! Outro